Bei West Ham hat sich Marco Arnautovic längst als Publikumsliebling etabliert. Nicht nur wegen seiner 15 Tore, Fans der Hammers lieben Arnis Artikel. Für Lacher sorge zuletzt eine Instagram-Story des 29-jährigen Österreichers. Am Trainingsgelände parkte Arnautovic den 81-fachen französischen Teamspieler Patrice Evra zu, der sich bei West Ham aktuell fit hält. Oder, du fährst nirgendwo hin. Du wartest, bis ich fahre, sagt Arnautovic und lacht. Der Mittelstürmer wird übrigens für das London-Derby gegen Tottenham, Samstag, 16 Uhr, hier im Live-Dicker, wieder fit. Zuletzt reiste Arnautovic angeschlagen von der Nationalmannschaft ab und verpasste das Freundschaftsspiel gegen Dänemark. Werbung Werbung Zuletzt reiste Arnautovic